Willkommen zurück zum Rundfühlen vom sechsten Fahrt von GTA San Andreas. Heute fahren wir zuerst einmal durch, ohne Unfälle, zu den Ocean Locks. Ah, kennt ihr das noch? Komm mal her! Komm mal her! Ja! Oh! Ist er jetzt weg? Schauen! Oh! Oh! Police! Oh! Oh! Yes, man! Oh! Keine Ahnung, mein! Ah, ja! Hey, Zim's! Mach mal auf! Ach, was das ist? Ach, was das ist. Ach! Ach, was das ist? Ah, ach! Ach! Ja, echt, awesome. Okay. Boa, ich arbeite, was du brauchst? Sie sollten mir die Slicke kommen. Schau! so der will mir vielleicht doch ich kann wohl noch nicht gehen ich muss erst noch jemanden loswerden um ein wagen jetzt im wasser ist damit ich den taxifahrer loswerde dass ich mir mal ein wagen damit mal so ein bisschen mit der weiße diejenigen aufkommt damit wir ihn extra verhauen aber ich habe eine idee nicht ich muss einfach zu spät ich will eigentlich Test Education jetzt eingeben damit sich ähm, die Bellas mit denen schreiten, aber jetzt geht's nicht mehr, ne? Oh ne, da ist ja wieder einer, sorry, einer. Nimm dir deinen Wagen und ruhig wieder, ne? So, jetzt muss ich erst mal auf der Karte nachsehen. Ah, hier. So, nö. Und? Oder Moment? Einen Moment! Nochmal. Officer, ich brauche eine Back-up. Jetzt aber Alarm. Mist, der ist nicht offen. Ah! Ja, der ist offen, ne? Ja, du bist hier mir jetzt in den Wagen geblieben, ne? Ja, ich will jetzt hier auch hochkommen. Ja, toll. Ich überlege nur gerade, wie soll ich wegfahren. Ich könnte ja auch fahren, aber ich war ganz schön komisch, ne? Ah. Oh! Ich hab doch wieder volle Leistung gehabt, aber, aber, naja gut, ok. Das war so ganz gut, denn jetzt können wir, weißt du, noch zu den Docks, ne? Ah, wieder eine Verfolgung, komm her! Oh, was hat sogar Messer? Oh ja, kommt der Polizei rein! Oh! Was? Was sind das für Luschen, ne? Haut der einfach ab! Professionals geht! Oh yeah! Ja, ich fühl mich so geil, ne? Feuerlöscher! Oh nein! Nein! Ich dachte schon, der hat mich überfahren! Jetzt krieg ich ja gar nichts mehr! Seid ihr bestrafen? Hey! Was ist das für Luschen? Oh, das geht durch! Ah! Ja! Irgendein Wagen muss ich nicht mehr! Ja, jetzt nehmen! Neh! Neh! Jetzt nehmen wir uns wieder! So! Und ... Weiter geht es! Wop, sind wir nicht. Stop! Wir haben hier den Stofftier, ne? Das geht. So! Ich mach dich, Mann! Was soll man? Was soll man? Und ... Weiter geht es! Wop, sind wir nicht mehr? Wir haben hier den Stofftier da, ne? Hey Mann! Wir haben hier den Stofftier da, ne? Hey, Mann! Wir haben hier den Stofftier da. Was soll man in der Stofftier? Du willst wirklich, eh? Oh nein! Wir haben Verfolgern, eh! Wo eine Mischung aus allen Parts kommt jetzt zu sagen, was wir bisher gemacht haben, ne? Verfolgungen! Fahrt zum Wasser! Oh mein! Oh Gott! Oh Gott! LOL Oh Gott! Oh Gott! Verfolgung! Nein, nicht aussteigen, nein. Ah, ich weiß schon. Nee, nicht hier, nicht hier. Mach mal einfach hier. Ich würde ja nicht töten. Na toll. Kann man uns noch ein bisschen umsehen, oder? Nee, kann man nicht. Oh, schnell. Gut. Jetzt sind wir eigentlich schon bei den Docks schon. Oh, wow, wow, wow. Wie haben wir denn hier? Nein. Ja, bei Cabral ist Nitro auch nie. Wir kommen nicht. Ich hätte nämlich wenigstens mitgenommen. Aber jetzt kann er mich mitnehmen. Bleibt doch. Ja, jetzt ist es mal, ähm, hier ist nur ein Ding. So. Jetzt ist es wieder am Morgen. Wagen wieder reparieren und los. Ja, jetzt ist es. Buuuuuh Das habe ich eine Idee Einmal Bubble Cross eingeben Ich bleibe auf der Decke hängen Loll Schon noch mehr auch was der kann auch in der luft explodiert nachher wenn er falsch ist in der fall schrumpfen dann ja das ist ja ziemlich eingefahren so schwer hier dieser müllwagen der kommt gar nicht wo du hast es einfach durchgeschafft hey was hast du mit mir gemacht ich denke dass es auch gegen das schick alter jetzt der motorrad nicht mehr tut mir leid Nein, nicht denken bleibt. Wir beeilen uns. Oder wir machen aggressiven Verkehr mal an. Okay, machen wir den mal an. Das wäre hier drin bestimmt lustig. Ne. Dreht. Und jetzt geht's los mit dem感roverkehr, man. das wird jetzt lustig die erste verfolgung schon los da war ich aber was wir aus diesmal nicht so richtig langweilig machen wir erstmal bubble cars wieder aus ich würde mal lieber aussteigen muss jetzt aber einsteigen hier in dem wenn ich auch mal stehen bleiben abwassern kollegen umgefahren rücksichtslos das ist das ist die drei polizei im einsatz wenn ich mich überfahren ich komme hier nicht durch ja jetzt schon schlägt er sich an und jetzt muss aber wieder rein die pflicht ruft ich wollte dich nicht stören oder ich wollte sie nicht stören dem burschen dann fahren wir halt mal raus und gucken mal was erst mal was vorne abgeht das ist jetzt nicht alle in der reihe von die 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 abgeht aber jetzt weil sie mit dem bus wo war es ob es sich das anordnen würde ich wollte ja davon abkriegen werden es immer noch es geht jetzt ab los vorgeht hier auch nicht von der seite ich sehe da oben etwas schnell schnell aber von mir komme ich hoch und fall auch wieder runter dann muss ich was anderes eingeben wozu wozu nie mw genau auch nicht der englische gruppe schon böse ganz kurz ist das mit einem fuß und weil er eigentlich auf dem bodenstand in der luft es brennt hallo steht da drin ja es hat einer auch immer spaß gemacht um ja alles in die luft zu sprechen ja das war das mit diesem umgeknall obwohl der brennt jetzt auch aber wir können uns noch etwas tolles sehr tolles ja reifen so schon jetzt aber wenn man old speed demon eingeben halt old speed demon no nevermind alter damit nichts weiter passiert ich den schick erstmal deaktiviert toll klappt jetzt nicht mehr dann verschiebt mich das ist der pizzer mann halt da steht da steht da jetzt raus nein ich habe jetzt auch sterben bleibt jetzt mal einer stehen genau du mit deinem Tuck Tuck aber nicht das ne Moment mal ich könnte mir das dabei hinstellen und dann klappt nicht deswegen brauche ich andere native ich kann zwar von schon rein zum beispiel wenn man dazu war noch gar nicht sind glaube ich maximale fahreigenschaften das Auto ja das kommt ja das kommt vorn los hoch mit dir aber da ist ja da das brennt schon das ding oder es raucht zumindest so aber hier ist es doch erst mal ganz nah hin damit wir dann vorne und so müssen wir dann schön hoch ja Ich bin nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr so gesehen. Ich bin nicht mehr so gesehen. jetzt aber wirklich es hat doch gebrannt nein ich bin nur ein bisschen ruhig geblieben jetzt versteckt Taxi auch denkt sich auch schnell weg hier oder haben sich die Kumpels ja getroffen da bringt sich das versteckt noch nicht auf der Seite sind die aber hier haben wir jemanden oder um die einfach ab was für mich ich bin schon wieder tot der nächste part ist ein ultimatum part also da werden wir nach san fiero gehen und dann kommt irgendwann mal ich habe auch was von GTA 3 und GTA weiße team aber jetzt noch nicht denn da will noch jemand was da kommt er her ist die polizei oder moment er macht auch mit der die knallt oh ja jetzt polizei ist mit dabei aber da ist nicht nur einer die anderen hauen schon mal abzulang oh er war zwar tot aber der andere wurde nicht überfahren er es gibt auch riesen bei den Sprünge ja er gerät du 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 das der st st k erstmals mit jemanden in eurem format aufnehmen na naja aber da sind welche tut's mir leid ich muss mich noch mal korrigieren ja jetzt gerade bis ende wenn ich wirklich korrigieren aber der cheater der ist zwar sehr bekannt aus geht ja weiss ich den gab es aber schon in gta 3 das war so wegen gehen können naja wir hätten ja noch das rennen das rennieren aber das können wir nächsten part fortsetzen der wagen ist wohl auch selbstkart ausgetan ist die idee und seien aber jedes weitere zu nehmen natürlich im nächsten part und da wir vieles aus vergangenen partzeit gesehen haben wie zb die verfolgung oder der sprung ins wasser wie schon gesagt haben wollen wir das augen in diesem part zu beenden und zwar werden wir etwas machen was wir auch im netzpart gemacht haben wir ertränken wir uns und das war es bis zum nächsten naja das auto rein klappt wohl nicht so ja nein also falls wir noch rauskommen jetzt beim nächsten mal sonst beendet ich ja wir kommen da hat sie jetzt nicht ernsthaft ertrinkt warte kommen daraus ja sie da hat auch gut noch nicht zu beenden und wir sind draußen wir haben es geschafft schlaf gestört und da muss ich an die jahre an und da muss ich an die jahre an Ich will ein bisschen aufstehen. Oh yeah. Und hast auch du es jetzt verstanden. So, jetzt kommt es aber endlich. Bis zum nächsten Fahrrad nun. Tschüss.